Wir haben uns in den ersten beiden Videos zur Krisenkommunikation mit der Theorie der Krisenprävention befasst und nun schauen wir uns einfach zwei prominente Beispiele aus der Praxis an. Inhaltliches Kernthema und roter Faden in beiden Fällen ist die öffentliche Entschuldigung von Top-Leuten der Kommunikation und es gibt gelungene Beispiele davon, öfter wird beispielsweise genannt Carsten Spohr, der in der Krisenkommunikation von Lufthansa bei dem tragischen Absturz der German Wings Maschine, er gab der Krisenkommunikation der Lufthansa ein überzeugendes Gesicht über Tage hinweg. Es gibt aber auch andere Beispiele und das wollen wir uns jetzt anschauen, Martin Winterkorn und Dieselgate. Martin Winterkorn, der sich in einer wichtigen Situation von Krisenkommunikation in der Öffentlichkeit entschuldigte. Aber war das in dieser Form richtig und gelang das? Am 22. September 2015 trat der VW-Chef selber vor die Kameras. Die Krise bei Dieselgate war gerade ausgebrochen und trieb am ersten Höhepunkt zu. Und das war ganz offensichtlich, der VW-Chef selber sollte in das Licht der Kameras, in die Öffentlichkeit treten und sich für das Unternehmen wirksam entschuldigen. Aber war das die richtige Wahl? Nein, dies ist eigentlich ein Lehrbeispiel für eine gescheiterte, wirksame öffentliche Entschuldigung. Und dazu spielten drei Dinge eine Rolle. Erstens, das Timing war problematisch. Zweitens, es gab kein Fit zwischen dem Auftritt des CEOs und der eigentlichen Message. Und der dritte Punkt ist, dass das, was Winterkorn vortrug, eigentlich gar nicht gewichtig genug war, dass es der CEO hätte tun müssen. Schauen wir uns die drei Punkte im Einzelnen an. Der erste Punkt ist das Timing. Das ist wahrscheinlich der erfolgskritische Faktor einer öffentlichen Entschuldigung schlechthin. Wann soll sich ein verantwortlicher Manager für das Fehlverhalten des Unternehmens entschuldigen? Und man liest in der Fachliteratur sehr häufig, das sollte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt geschehen. Und offensichtlich tat Winterkorn genau das. Das frühe Auftreten in der Öffentlichkeit soll offensichtlich den Druck wegnehmen. Aber in diesem Fall war das vollkommen ungeeignet, weil die Schadenshöhe überhaupt gar nicht feststand. Es war zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar, wie viele von dem Verhalten von VW betroffen waren. Im Grunde genommen, wenn man es auf den Punkt bringt, war vollkommen unklar, wofür sich Winterkorn zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich genau entschuldigt hat. Und insofern verpuffte das bereits angesichts des ersten Punktes. Der zweite Faktor, warum diese Entschuldigung nicht öffentlichkeitswirksam sein konnte, war der Auftritt des prominenten VW-Chefs schlechthin. Denn hier war offensichtlich kein Fit gegeben, zwischen dem, wie er auftrat und der eigentlichen Botschaft, die er aussprach. Es war offensichtlich, der Mann war hin und her gerissen, offensichtlich zwischen den Ratschlägen seiner Juristen und den Ratschlägen seiner Kommunikationsleute. Der Auftritt war so gesehen, nicht Fisch noch Fleisch. Es stimmte die Botschaft nicht zu der Art und Weise, wie er vor der Kamera agierte. Es passte nicht zu dem Klang seiner Stimme. Demut und Reue sehen jedenfalls definitiv anders aus. Der dritte kritische Punkt in diesem Beispiel ist, man muss sich fragen, gab das, was gesagt wurde, es eigentlich wirklich her, dass der CEO vor die Kameras treten musste, wurde er nicht viel zu früh geopfert? Das, was Winterkorn vortrug in seiner Videobotschaft, waren im Grunde genommen Versatzstücke, Standardfloskeln der Krisenkommunikation, die möglicherweise auch tatsächlich schon so vorbereitet waren. Das hätte gar nicht der CEO selber sagen müssen. Die Alternative zu diesem Zeitpunkt wäre gewesen, ein hochkarätiger PR-Profi von VW wäre vor die Kameras getreten, hätte die erste Grundbotschaft, die erste Entschuldigung möglicherweise für VW ausgesprochen und dann angekündigt, dass weitere Kommunikationsschritte dann folgen würden, wenn die Schadenshöhe, das tatsächliche Ausmaß, auch die Zahl der Betroffenen feststehen würden und dass dann selbstverständlich sich ein hochkarätiger VW-Vorstand zu den Dingen äußern würde. Indem VW aber sehr früh eigentlich das Maximum der akuten Krisenkommunikation in den Ring warf, nämlich den CEO-Chef selbst, war klar, hier sollte offensichtlich der Effekt erzeugt werden, dass der Druck der Öffentlichkeit dadurch sehr schnell zurückgehen würde. Aber im Grunde genommen war der VW-Chef dadurch zu schnell und zu früh ins Feuer gestellt und die Wirkung verpuffte. Denn bekanntermaßen trat er einen Tag nach diesem Video als Aufsichtsratsvorsitzender zurück. Der Zusammenhang ist offensichtlich, die öffentliche Entschuldigung ist nicht wirksam geworden. Zeitpunkt war falsch, Timing, es gab kein Fit zwischen dem, was und wie es gesagt wurde. Und drittens, ganz offensichtlich war es der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017